Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4 WG der Freunde. Mein Name ist Wemper, der Sims Flow. Und heute, ähm, hatte ich eigentlich vor, umzuziehen mit den Jungs. Aber, das wird leider nicht. Oh, du gehst in den Keller, was willst du da machen? Muss ausführen. Ähm, ja komm her, du bist am Spielen. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist, aber egal. Genau, in der letzten Folge ist der liebe Draco, ne nicht Draco, Nico, zur... Hier läuft gerade Carmen Geiss, der Abklatsch rum. Hi Carmen, was geht? No Werbung für die Geissens. Ähm, in der letzten Folge ist der liebe Nico ja zum ersten Mal zur Arbeit gegangen. Und, äh, ja, äh, ich habe gehört, dass in, dass heute Abend Aliennacht ist. Äh, ne, sorry, tut mir leid, ich habe dafür echt keine Zeit. Wie schon gesagt, wir sind ja in der letzten Folge mit ihm zur Arbeit gegangen. Äh, du musst schlafen, so wie es gerade aussieht. Dann tu das und was ist los bei dir? Du wirst bestehen, weswegen? Kannst du mal aufs Klo gehen, dann gehst du mal da verwenden. Eigentlich habe ich gesagt, wir ziehen um mit denen. Aber weil wir ja kein Geld haben. Ja, sie muss auch aufs Klo. Oh, nee. Hm, das ist kacke. Das ist kacke, dass wir nur ein Badezimmer haben, Freunde. Ähm, genau. Wenn ihr was an der Tonqualität hört, dann liegt es daran, dass ich ein neues Mikrofon habe. Und, joa. So, nee. Kannst dich mal langsam hierher begeben. Du bist am Schlafen. Du brauchst am Schlafen. Keine Pfütze auffischen. War das hier dein Bett? Nein. Das? Nein. Dann war es das hier. Ja. Gehst du bitte schlafen? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut, Freunde. Ähm, wenn ja, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein. Gut. Und an dieser Stelle begrüße ich einen guten Freund von mir. Und zwar den lieben Joel. Grüße gehen raus an dich. Und natürlich auch an die Liebe Jesse. Äh, stopp. Hm. Was steht? Ist aber egal. Genau. Ähm. Ich hab nur das Erweiterungsbeck. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Mädchen? Stopp. Ähm. Bin ich schon mal hier gerade im Badezimmer und das kannst du mal ein bisschen wuscheln gehen. Und, joa. Ui. Das ist verdorben. Äh, Hotdog. Kühlschrank. So, Freunde. Ich werde jetzt einmal cheaten. Ihr habt nichts gesehen. Ich weiß ja, wie viel Geld wir brauchen. Reicht schon. Genau. 117 müssten reichen, dass wir gleich umziehen können. Lieber Nico, musst du arbeiten? Ne. Das ist nicht Nico. Das ist in 11 Stunden um 10 Uhr. Ja, okay. Ähm. Ja, hör auf, mir die Ohren voll zu sehen. So. Du bist hier unten. Du kannst eigentlich mal aufhören mit Sport. Genau. Äh. Steuerung. Stereoanlage. Ausschalten. Genau. In der neuen Bude, die wir... Also, die hab ich nicht gebaut. Die hab ich... Werde ich so übernehmen gleich. Ähm. Hoch. Ja. Dann, genau. Ähm. Ich hab vor, in der nächsten Zeit wieder öfters Let's Place zu machen. Ich hoffe, es funktioniert. Äh. Was hast du eigentlich so im Inventar, mein Freund? Du bist... Leer auf Deutsch gesagt. Du wirst zwei Tuning-Teil, die wir verkaufen können. So. Wurz auch ein Tuning-Teil, was verkaufen können, mein Freund. Oh. Was hast du mal? Was haben wir denn da? Selten, gewöhnlich. Und... Teile von Elektro-Geräten. So. Machen wir hier mal ein bisschen schneller. Genau. Wir haben gerade, äh... Sommer, vier von sieben. Äh. Lektion viel Fraß. Hm? Ich hab Geld verloren. Warum hab ich Geld verloren? Hä? Hä? Habe ich dir nicht gerade gesagt, du sollst aufhören, dir jetzt was an der Bar zu machen? So, Freunde. Ähm. Also. Irgendwas stimmt mit meiner Stimme nicht gerade. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ähm. Ja. Ja. Steh mal auf. Wir haben ja noch Reste hier. Ja. Ich weiß, dass du warst. Also, in dem neuen Haus haben wir halt zwei Badezimmer. Wir werden auch so einiges von hier mitnehmen. Zum Beispiel. Hm. Ja, Pflanzen ist eigentlich nicht so. Äh. Allerfälle, die Staffel da, die packe ich dir schon mal ein Inventar. Den Grill brauchen wir nicht. Eigentlich brauchen wir gar nichts hier. Ja. Du bist am Essen. Was machst du? Du kannst mal aufhören, kannst mal duschen gehen. Genau. Also, in der letzten Folge ist der ja arbeiten gegangen. Und, ja. Ähm. Wenn ihr Ideen habt, für, ähm, weitere Stories, für die Sims, entweder hier für WG der Freunde, oder unser noch nicht Vampir, oder auch für die YouTuber-WG. Da werde ich versuchen, beim nächsten Mal die Jessie dabei zu bekommen, wenn sie kann. Da frage ich aber vorher nochmal, ich kann ja nicht sagen, ey, du nimmst jetzt mit mir auf. Nein. Wenn sie Zeit hat und Lust hat, dann können wir was zusammen machen. Wenn nicht, dann haben wir dann halt... Ist ja auch nicht so schlimm. Dann versuchen wir, die drei halt eben hochzubringen. Genau. Ähm. Okay, du machst das soweit. Kannst du eigentlich jetzt auch auffallen, an den Scheißrechner zu sein? Ups, ich habe ein böses Wort gesagt. Hm. Kannst du jetzt eigentlich mal nochmal ein bisschen schlafen, die Mädchen? Ein Mädchen, ein Mädchen. So bist du... Ich war gerade sagen, guckst du dem Kollegen, der gerade einfach beim Duschen zu? Spaß. Was machst du? Ansehen. Was siehst du dir da an? Ja, Gott. Aber heule nicht rum, wenn du hier gleich traurig bist, ne, mein Freund? So, okay. Äh. Dir geht's ganz gut. Jetzt kannst du dir mal was zu essen holen. Genau. Also. Also, husch. Gestern. Äh, gestern? Ja. Gestern hatten wir ja ein neues Update für die Sims 4 bekommen. Also, angeblich sollten Fehler behoben werden mit Dächern und Co. Und wir haben zwei neue Roboter-Kostüme für Halloween. Und, ja. Und, ja. Ob das soweit... Also, ich muss sagen, Fehler behoben wurden, ist richtig. Also, Bugs und sowas. Und, ja. Ey, guck mal, ich kann hier runtergucken. Oh, schön. Ja. Ich war in der letzten Zeit auch krank, hatte sehr viel zu tun auf Arbeit und so, ne, und, ja. Aber ich versuche jetzt mein Bestes wieder zu geben, Freunde, um mehr aufzunehmen. Äh, stopp, 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 stopp. So, Nico, stopp. So, Nico, stopp. Wo gehst du jetzt erstmal hier aufs Klo? Oh, genau. Du bist am Essen. Du musst auch das dringend Duschen voll ein. Warte mal. Ich hatte ja mal Beziehungen. Ah, angefangen. Das... Guck ich mal. Genau. Wir hatten ja hier unsere Beziehungen angefangen. Die Bäckerei haben wir ja auch noch. Entschuldigung, ich muss immer wüsstechen. Du sollst jetzt nicht ins... Geht jetzt mal. Mein Gott, Stimme versagt. So. Na, wo bist du denn jetzt? Da. Wie geht's dich denn so? Warst du dich gerade auf Klo, mein Freund? Das ist aber doof. Wie geht es dir denn? Auch dir geht es blendend. Nico, wie siehst du eigentlich aus? Ich will dich mir nochmal anschauen. Boom, Alter. Genau. Wer geht ihr Freunde? Ist ab sofort wieder back. Und die anderen auch. Wie schon gesagt, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut gleich. Du kannst mal frühstücken gehen. Ja, toll. Äh, schnelle Mahlzeit. Erdnis-Butter-Jelly-Sandwich. Nein, du bist nicht schwanger. Nicht was? So, dann gehen wir duschen. Also, bin ich mal gespannt, ob sie ihn rausschickt. Ja, sie schickt ihn raus. Warum sind alle kokett aufs Flirten eingestellt? Alles klar. So, dann gehen wir uns doch gleich, wenn alle gegessen haben, sich frisch gemacht haben, auf dem Weg in das neue Heim. Unglück allein. Also, das ist ja so blöd rumzuschneiden. Und lass mal bitte auf. Wo bist du schon wieder nido? Genau. So. Genau. Also, genau. Es gab ja in der letzten Zeit zwei neue Erweiterungen eingebracht. Ein Accessoires-Pack und ein, ich glaube, Gameplay-Pack. Ja, genau. Ein Gameplay-Pack. Die beiden habe ich nämlich auch noch nicht. Reich der Magie und... Tatsache funktioniert nicht. Egal. Gut. Dann hör mal auf. Seid ich jetzt alle soweit? Du bist soweit fertig. Du bist fertig. Du hörst auch zu reden. So. Dann. Stopp. Jetzt schauen wir einmal, was wir so mitnehmen können. Eieieieieieiei. Das ist aber sehr laut gerade. Auf alle Fälle unsere Trainingsgeräte kommen mit. Die Tanzfläche... So. Die war jetzt nicht unbedingt... Doch. Eieieieiei. Das ist echt laut. eine Postbekommen Nein Achso ja das nehmen wir mit und das nehmen wir noch mit gucken wir mal eben wegen Bilder oder so ob welche eben was haben äh anscheinend nicht oder wollen wir den guten alten Clown mitnehmen ja den guten alten Clown nehmen wir mal mit ich bin jetzt nicht so einer gut dann würde ich sagen wenn wir umziehen ich weiß gar nicht wie lange ich schon aufnehme so dann würde ich sagen hm konkrete SMS schreiben nein ähm da Haushalt umziehen lassen bist du denn mein Freund wieso habe ich so komische Rüste oh Gott was ist das denn hä oder ist halt nur ein Baum scheinen von einem Baum ich hoffe es doch weil das sieht noch ganz schön komisch aus ich würde sagen ja ja so Freunde wir ziehen um nach Solani ja komm hopp bisschen schneller wenn es geht mach nichts wenn es schnell geht bestreben können jederzeit ohne Fortschrittsverlust gewechselt werden alles klar das interessiert doch keinen unser bester Freund der Ladebalken soo hier ist Solani und wir ziehen dort ein sind drei Schlafzimmer aber das macht nix Möbel behalten Möbel verkaufen hui hm wir verkaufen unsere Möbel scheiß drauf ja schon wieder Ladebalken äh jetzt mal ganz ehrlich das hier das dunkelblaue gefällt mir nicht so und es hakt gerade wie bekloppt wie schon gesagt hat gefällt mir nicht das andere war besser mit dem weißen aber ist Geschmackssache Freunde ja toll sooo wir sind zuhause meine Lieben ist zwar ein kleines Haus aber das macht nix und warum regnet das hier so hier oben ist einmal das Zimmer für die Mädels du kannst dir das hier einmal beanspruchen du beanspruchst dir äh das Nico unser Bad Boy beanspruchst dir das du kannst auch gleich schlafen gehen sooo du gehst da ach ne du sollst eigentlich nicht schlafen gehen du sollst dich da gleich nur beanspruchen gut und einmal alle Lichter auf automatisch gut genau ne ne man auch die Seite die sieht schöner aus hm ich habe macht er immer wieder gut dass es jetzt regnet passt mir jetzt eigentlich überhaupt nicht aber egal genau ihr könnt euch mal eigentlich nur ein bisschen unterhalten leute ratchen helfen das fernse und hier unten ist die küche die küche nicht schlecht nicht schlecht ja damit können wir leben was ist jetzt wieder los ja du musst schlafen du das doch einfach mal dann ab mit denen es hat aufgehört zu regnen ja was ich sagte gleich mal ein neues foto machen ist da so dass hier würde ich doch mal sagen ist doch perfekt genau freunde ich liebe diese erweiterung spec palmen aus dem weg so an der stelle würde ich auch sagen war es auch wieder von der folge wenn es euch gefallen hat lasst es mir durch lasst es mich doch in den kommentaren wissen und falls ihr keine weiteren videos mehr verpassen wollt dann abonniert diesen channel kostenlos aktiviert die glocke und lasst doch auch 100 prozent kostenlos ein leichter würde mich sehr freuen und wir sehen uns in der nächsten folge sims 4 entweder inselvg vampire oder youtuber wg bis dahin euer vampire sims schlug schlug schlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschlugschl